Der Bruder hat gerade über Fernsehen geredet und auch über Handy auch geredet. Ach Jesu Allah, du bist in der Wohnung mit deiner Familie, Kleinkinder, jeder spielt mit seinem Hirn, Krankheit geworden, jeder, krank, jeder, ganze Familie sind faul geworden, wie auch in der Geschichte des Allah, ein Bruder sagte, es gibt eine Familie, die richtig faul ist, die Mutter ist einkaufen gegangen, die ist zurückgekommen, hat geklopft, die Kinder waren zuhause, der Vater auch genauso zuhause und der Vater sagt, ey Mohamed, mach auf, der spielt mit seinem Handy, er will nicht aufmachen. Der Nächste auch, will keiner aufmachen, obwohl die Mutter draußen ist. Richtig faul. Auf einmal, der Vater auch noch faul, sagte von wein, geh nach Hause, du bist Talik, du bist Talik, geh nach Hause. Und was noch krass ist, dass die Mutter auch faul ist, sie hat Schluss. Nur aufzumachen. Nur aufzumachen. Nehmen sie dich. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Segen sind los. Das ist schrecklich. Ich hatte die欣itals die Seele abuelle ist. teasierbar stecken. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich.